Verflucht. Die Quelle. Wir haben sie. Blanche G. Everett. Blanche Gloria Everett. Bereits auf dem Weg die Treppe hinab, hörten wir ein dumpfes Vibrieren. Weiter unten konnten wir durch eines der Fenster einen Blick in den Innenhof werfen. Das, was der Friedhof gewesen war, sah schon fast aus wie ein frisch gepflügtes Feld. Umgegraben wurde es allerdings von der falschen Seite aus. Die Toten standen auf. Hunter! Dann sah ich sie auch. Diane Coleman. Sie stand genau vor Sarah Goldwyn. Aus ihrem Kopf, aus Ohren, Nase und Mund lief eine schwarze Masse. Aber sie folgte nicht den Gesetzen der Schwerkraft. Sie griff nach Sarah Goldwyn. Aber es ist ja so.